Es freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können über die Genesis, das Buch vom Anfang. Wir leben in einer Welt, in der die Naturkatastrophen an der Tagesordnung stehen. Wir leben in einer Welt, wo die Hungersnöte weltweit zunehmen. Auch wenn nicht viel darüber berichtet wird, so sterben heutzutage Millionen von Menschen, weil sie keine Nahrung haben. Wir leben in einer Welt, die in den letzten zwei Jahren einen Fokus gehabt hat, nämlich einen gemeinsamen Feind, der uns alle krank macht. Und in dieser Welt hat sich eine Feindschaft gebildet. Das heißt, es hat eine Spaltung stattgefunden zwischen den Menschen. Und diese Spaltung hat stattgefunden anhand eines äußeren Kennzeichens und einer Spritze. Und wenn man betrachtet, wie stark diese Spaltung stattgefunden hat, dass sie keine Rücksicht genommen hat auf irgendwelche menschlichen Beziehungen. Es ist egal gewesen, ob man verheiratet ist mit der anderen Person, ob es ein Bruder oder Schwester ist, ob es Mutter oder Vater ist. Dieser eine Glaube hat diese Beziehungen ausgeschaltet. Eine Feindschaft ist entstanden zwischen zwei Gruppen von Menschen. Und die Gruppen haben sich nicht nach Familien aufgeteilt, sondern nach dem, was sie glauben. Und das ist erstaunlich zu sehen, dass es nicht zählt, ob du verheiratet bist mit jemandem, ob es dein Bruder oder Schwester ist, ob es deine Mutter oder dein Vater ist. Was dich bestimmt in deinem Leben, ist dein Glaube. Ja, man versucht dann irgendwie künstlich die Beziehungen aufrecht zu erhalten, indem man über das Thema nicht mehr spricht. In den Kirchen und in den Gemeinden hat man versucht, nach Möglichkeit keine Spaltung hervorzurufen, indem man versucht hat, stillschweigen. Und nach Möglichkeit das, was nicht gepasst hat, wegzutun. Aber es ist ganz egal. Die künstliche Erhaltung einer Einheit war und wird nie möglich sein, weil es bestimmt immer der Glaube, auf welcher Seite ich stehe. Und so hat sich eine Feindschaft gebildet zwischen den engsten Beziehungen. Freunde sind nicht mehr Freunde. Warum? Weil man ein Thema hat. Und dieses Thema geht zurück auf das, was der Mensch glaubt. Und die Krise geht weiter und wir befinden uns in einem Krieg. Und dieser Krieg wird aller Voraussicht nach die ganze Welt einnehmen, auch physisch. Geistig hat er sie so oder so schon eingenommen. Weil man hat wieder einen Feind geschaffen. Diesmal ist es ein sichtbarer Feind angeblich. Und man unternimmt Sachen. Man trifft Maßnahmen. Genauso wie in diesen zwei Jahren trafen die Maßnahmen nicht den Feind, sondern immer das Volk. Und auch jetzt treffen die Maßnahmen, die Sanktionen das Volk und nicht den Feind. Das ist die interessante Kriegsführung des Bösen. Er macht es so erscheinen, dass man wörtlich sagt, ich bin gegen den Krieg, aber man liefert Waffen. Ich bin gegen den Krieg, aber ich treffe Sanktionen, dass ich den anderen vernichte. Nach Möglichkeit würde ich ihm auch das Essen entziehen. Ich bin gegen den Krieg, aber ich möchte mit Gewalt Ordnung schaffen. Das geht nicht. Es gibt nur eine Lösung. Man kann das Böse nur mit Gutem überwinden. Man kann Gewalt nicht mit Gewalt überwinden. Man kann Unrecht nicht mit Unrecht, Lüge mit Lüge überwinden. Das geht nicht. Aber genau das wird versucht und wird getan. Wir wollen Frieden mit Waffen. Was für ein Widerspruch in sich selbst. So, wenn wir all das betrachten, dann sollten wir als Christen wissen, wohin geht denn die Reise? Was kommt denn jetzt als nächstes? Und die Menschheit ist aufgeteilt in zwei Gruppen. Und sie ist aufgeteilt auch in zwei Gruppen. Die einen, die wissen, wo es lang geht und die anderen, die es nicht wissen. Die einen, die friedlich sind und die anderen, die in Aufruhr und Aggression sind. Und die Frage ist, wie können wir in die Zukunft schauen? Die einzige Möglichkeit ist, dass wir den Ursprung kennen. Und jeder Mensch ist so ausgestattet in seinem Geist, ohne dass er eine Wahl hat, dass er einen Ursprung braucht. Das, was ihn ausmacht, seine Identität, verlangt danach, einen Ursprung zu haben. So sehe ich in meiner Praxis, in den Gesprächen mit meinen Patienten immer wieder, wie stark der Mensch nach seinem Ursprung sucht. Deshalb hat er auch seine Konflikte mit den Eltern, weil er denkt, er kommt aus ihnen. Die Patientin sagte sie, ihr fehlt die Hälfte ihrer Identität, weil sie ihren Vater nie gefunden hat. Ja, liegt denn die Identität in dem Vater? So, die Suche nach dem Ursprung ist nicht eine Suche, die man wählen kann. Sie ist in uns hineingelegt. Wir brauchen einen Ursprung. Nur dann wissen wir, wohin es geht. Und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die eine ist die Ursuppe, die man uns jetzt schon über 200 Jahre versucht klarzumachen, oder knapp 200 Jahre. Oder es ist Gott. Die Ursuppe würde bedeuten, wir entstehen aus einem Zufall. Über Milliarden von Jahren. Also was ist dann die Zukunft? Ein Zufall. Kann je jemand krank werden durch Zufall? Kann je jemand von einer Kugel oder von einer Bombe durch Zufall getroffen werden? Wenn Gott Gott ist und er diese Welt geschaffen hat, dann gibt es das nicht. Deshalb wollen wir nach dem Ursprung schauen in diesem Quartal und wir wollen es immer betrachten zu dem, wo es uns heute hinführt. Weil es macht keinen Sinn, ein Studium zu machen, das nicht uns hilft, heute nach vorne zu schauen und zu leben. Eines der Dinge, was uns die Augen öffnen würde, wäre die Betrachtung unserer Umwelt, die Betrachtung dessen, was wir sehen können. Das ist das Universum, unsere Erde, die Pflanzen und die Tiere. Wir können erkennen, dass sie alle nach einem Schema gemacht wurden, nämlich nach einem Kanal. Jedes Element funktioniert als Kanal, ganz egal wie groß oder wie klein es ist, wie komplex oder unkomplex es ist. Es kann nichts von sich selbst existieren und funktionieren. Es muss also zuerst etwas aufnehmen. Es ist immer abhängig und nichts kann unabhängig sein. Das bestätigt schon die erste Tafel der zehn Gebote. Und dann ist der Kanal nicht fähig, etwas für sich selbst zu tun, sondern er wandelt das nur um und gibt die Dinge weiter. Alles wurde geschaffen, zu einem Zweck zu dienen, nicht für sich selbst. Das sagt auch die zweite Tafel des Gesetzes der zehn Gebote. Aber schauen wir uns die Funktion an eines Kanals. Wenn wir um uns herum nur Kanäle sehen, die etwas nehmen und weitergeben, dann ist es selbstverständlich, dass wir fragen uns, ja, wo beginnt denn der Erste? Wo beginnt denn das, was den ersten Kanal speist? Und so kommen wir, ohne dass wir einen Zweifel daran haben können, dass Gott da ist, der der Beginn aller Kanäle ist und das Ende aller Kanäle ist. Auch der Mensch wurde geschaffen, um ein Kanal zu sein. Auch er hat die Funktion und kann aus sich selbst nicht existieren. Dieses einfache Gesetz kann jeden von seinem Ursprung überzeugen. Er ist ein Kanal, er kann das sehen, er ist abhängig und er kann sehen, er ist gemacht worden, mit etwas zu tun. Das ist offensichtlich, das kann man nicht leugnen. Aber von wo hole ich die Kraft, damit ich etwas tue? So, dieses einfache Gesetz beweist, dass es Gott geben muss. Es beweist den Ursprung eines jeden Kanals, so einfach es ist. Natürlich kann man es leugnen und ich finde es erstaunlich, wie viele Menschen versuchen zu ignorieren und sich dieser Tatsache gar nicht bewusst sind. Aber ganz egal, ob ich es leugne oder nicht, enden kann niemand daran etwas. Alles, was um uns herum ist, ist ein Beweis für die Existenz der Quelle, des Schöpfers. Und ist ein Beweis, dass der Schöpfer Liebe ist, weil nichts tut etwas für sich selbst. Nichts wurde zum Selbstzweck gemacht. Das alles, in der einfachsten Art und Weise, müsste uns von unserem Ursprung überzeugen. Aber gehen wir weiter. Wir finden in der Heiligen Schrift die Schöpfung geschrieben in fünf Tagen. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn geschaffen? Und in Kolosser Kapitel 1 finden wir eine schöne Aufzählung und ich lese dort von Vers 15. Welche ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von allen Kreaturen? Es ist von niemandem anderen die Rede, außer von Christus. Denn durch ihn ist alles geschaffen, das im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Thronen oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Das ist das Gesetz, zusammengefasst in den wunderbaren Worten des Apostel Paulus im Kolosser 1. So, wenn wir den biblischen Schöpfungsbericht anschauen, so sehen wir, dass die Erde wüst und leer war, bevor sie geschaffen wurde. Steht hier, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. So alles war finster. Und der Text sagt, und Gott sah, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. So, Christus schafft alles, indem er spricht. Und dieses Verhältnis zwischen dem Vater und dem Sohn ist wichtig zu verstehen. Denn Ellen White sagt in ihrem Buch, das Leben Jesu im ersten Kapitel, dass Christus ist der sichtbar gewordene Gedanke Gottes. Er ist das Wort Gottes, das, wodurch er sich ausdrückt. Deshalb hat Gott alles durch Christus geschaffen, indem er sprach. Und er spricht und es wird Licht. Und er trennt das Licht von der Finsternis und damit hat er den 24-Stunden-Tag geschaffen. Keine lange Zeitperiode, sondern den 24-Stunden-Tag. Am zweiten Tag trennt er die Wasser von oben und die Wasser von unten. Das ist natürlich eine Sache, da kann der Mann viel darüber reden. Wir wissen, das eine deutet den Himmel und das andere ist das, was auf der Erde ist. Und jetzt trennt er auf der Erde die Wasser und es kommt die Erde und das Meer hervor. Und dann spricht Gott und es wachsen Pflanzen, ein jegliches nach seiner Art. Und am vierten Tag schafft Gott die Sonne, den Mond und die Sterne. Und er gibt ihnen die Funktion, dass der eine sollte am Tag leuchten und die andere in der Nacht. Und es ist interessant, dass die Sonne, der Mond und die Sterne nach dem geschaffen worden sind. Und das bringt natürlich viele Menschen durcheinander, Aber es zeigt einfach nur das Gesetz, dass Gott selbst die Dinge schafft und die Sonne nicht die Quelle des Lichtes ist, sondern nur das Licht, was ihr Gott gegeben hat, weitergibt. So auch der Mond und die Sterne. Nichts kann aus sich selbst existieren. Gott ist das Licht. Und deshalb gibt er es, dass diese Himmelskörper scheinen. Nicht aus sich selbst, sondern von Gott. Und in der neuen Schöpfung, wo das neue Jerusalem sein wird und Gott mit uns leben wird als seine Kinder, wird es keine Sonne geben, weil es keines Lichts bedarf, weil Gott ist das Licht. Und es wird keine Nacht mehr sein, weil Gott ist Licht. Und in seiner Gegenwart gibt es keine Fensternis. So am Tag 5 werden die Meerestiere und die Vögel geschaffen und am Tag 6 die Tiere und der Mensch, Adam und Eva. Und wichtig ist es, dass wir jetzt diese Schöpfung betrachten. Weil wenn wir die Natur des Menschen nicht verstehen, dann bleibt auch die Schöpfung, dann bleibt auch die Frage nach der Krankheit, die Frage nach all dem, was passiert in einer Finsternis, in einer Unkenntnis. Die Natur des Menschen, sie wird uns hier auf der ersten Seite der Schrift erklärt. Und sie ist ausschlaggebend für das Verständnis der ganzen Schrift. So, aus was schafft Gott den Menschen? Er nimmt einen Erdenkloß und formt ihn und haucht ihm den Lebenshauch ein. Es sind also zwei Elemente, die sind unterschiedlich. Aus der Erde, die ist natürlich auch durch sein Wort entstanden, aber er formt das und dann haucht er den Lebenshauch ein. Und als diese zwei Elemente sich treffen, findet eine Umwandlung statt. Aus der Erde entsteht ein Körper und aus dem Lebenshauch ein Geist. Und beides ergibt die Seele, nämlich das menschliche Wesen, die menschliche Natur. So, zwei unterschiedliche Elemente ergeben ein neues Element, nämlich die Seele. Nun hat man viel versucht, über den Menschen zu sagen, er ist ein geistiger Körper, die einen leugnen den Körper, die anderen leugnen den Geist. Aber ganz egal, was man auch leugnet, man kann an dem, wie Gott die Dinge geschaffen hat, sie nicht ändern. Der Mensch lebt und ist eine Seele, solange diese zwei Elemente zusammen sind. Wenn sie sich trennen, existiert er nicht mehr. Nur noch die Teile existieren. Der Körper wird wieder zur Erde und der Geist geht wieder als Lebenshauch zurück zu Gott. So, eine Seele ist nicht etwas Geistiges. Eine Seele hat einen physischen Teil und einen körperlichen Teil, einen geistigen Teil. So wie auch die Musik. Wenn wir die Musik nehmen, dann muss sie ja aus einem Instrument kommen. Das muss aber ein Geist spielen. Deshalb ist die Musik, ja, sie ist das Leben. Sie ist da, aber sie besteht aus einem physischen und aus einem nicht-physischen Element. So besteht auch der Mensch auf diesen zwei Elementen. So, wir sehen den Körper, der zusammengefasst ist im Gehirn und in der Hirnrinde. Und er ist abhängig, weil er ist ja ein Kanal, er kann von sich aus nicht existieren und braucht Chemie und elektrischen Strom. Die Chemie, die nehmen wir auf durch Atmen, Essen und Trinken. Und der elektrische Strom tut unser Geist in dem, was wir denken und entscheiden. Dadurch sind meine Entscheidungen die, die meinen Körper steuern. Aber auch der Geist ist ein Kanal, er braucht eine Kraft. Und die Kraft des Geistes ist die Liebe. Die muss sich der Geist, weil er hat ja nur eine Identität, aus seinem Ursprung holen. Und ist er ein Geschöpf Gottes, dann holt er entsprechend dem nicht-veränderbaren Gesetz Gottes seine Liebe, seine Kraft durch Vertrauen und Glauben von seinem Schöpfer. Das ist der Aufbau des Menschen und das ergibt dann die Seele. Diese Natur des Menschen ist entscheidend, dass wir sie verstehen. Der Mensch kann nie ein Geist sein und er kann nie nur Körper sein, das heißt eine Pflanze. Er ist immer die Kombination von beidem. Und in dieser Zusammenarbeit ist weder der Körper noch der Geist verzichtbar. Sie müssen immer zusammen sein, damit sie eine Seele ergeben. So wie Sauerstoff und Wasserstoff zusammen sein muss, um Wasser zu ergeben. So, dann ist es wichtig, dass wir das Gesetz der Vererbung für alles Lebendige verstehen, dass auch hier in dem ersten Kapitel, in den ersten Zeilen des Wortes Gottes steht. Das Gesetz der Vererbung, das niemand verändern kann, weil Gott ja die Gesetze gemacht hat, sagt, dass Gott ein Wesen schafft. Er hat den Adam geschaffen, aber nicht nur den Adam, sondern auch die Pflanzen und die Tiere. Und er schafft sie alles nach demselben Modell. Er schafft ein Wesen, das sich vermehren soll. Und dieses Wesen sollte nie zu Ende haben. Es sollte sich also für alle Ewigkeit vermehren. So, hier ist Adams Leben. Es sollte unendlich weitergehen. Und Adam sollte sich vermehren. Deshalb schafft ihm Gott aus seinem Leben, aus seiner Rippe, die Eva. Die Eva ist nicht Adam, aber alles, was sie ist, ist aus Adam. Sie ist das, was Gott aus ihm genommen hat. Sie ist Teil von seinem Geist und Teil von seinem Körper. So, Eva lebt von Adams Leben. Sie wurde nicht aus der Erde geformt. Ihr wurde kein Lebenshauch eingehaucht, weil sie kam ja aus einem Leben. Noch bevor sie da war, war sie in Adam vorhanden. Und auch alle Nachkommen, wären sie in dieser Beziehung zu Gott geblieben, wären ja aus Adam gekommen. Und jedes Individuum hätte unendlich weitergelebt. Wären Adam und Eva nicht in Sünde gefallen und wir wären jetzt auf der Welt, dann würde Adam noch mit uns genauso leben wie wir, die wir 6.000 Jahre später als Individuum aufgetreten sind. Es würde sich alles ausdehnen, alles vermehren, weil ja das Universum unendlich ist, so kann es sich unendlich ausdehnen. Ist der Raum unendlich, gibt es kein Hindernis für irgendeinen Wachstumsprozess. Und so hat es sich Gott gedacht. So, das war das Gesetz der Vererbung. Deshalb gibt es immer durch, in jedem Zyklus, jedes Jahr, wir sehen eine Samen, aber es kommen 70 mehr hervor. So, das ist Gottes Gesetz der Vererbung und der Vermehrung. Wichtig zu verstehen. Jetzt ist die andere Frage und in unserem Studienheft kommt vor, die Frage, warum wurde Adam geschaffen? Und dort wird fälschlicherweise gesagt, dass die Erde wurde für Adam gemacht. Nein, das wäre das Gegenteil des Gesetzes. Adam wurde für die Erde gemacht. Das heißt, Gott brauchte einen Verwalter, Gott brauchte einen König, der alles steuert, der das Verhältnis zwischen Gott und der Schöpfung dieser Erde und unseres Sonnensystems steuert. Adam wurde geschaffen, weil er eine Notwendigkeit war für all das, was Gott geschaffen hatte, nämlich er sollte zum Dienst da sein und sollte das Bindeglied zwischen Gott und all dem, was Gott gemacht hat, sein. Also war er zum Dienst geschaffen. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, weil er sich gelangweilt hat und brauchte jemanden, mit dem er reden sollte und eine Beziehung haben sollte, wie das heute in so christlichen Gesprächen vorkommt. Nein, Gott ist ein Gott, der Arbeit und alles, was er gemacht hat, muss arbeiten. Das beweist sein Gesetz. Und Adam wurde gemacht zum Dienst. Nicht zum Herrschen, wie die Könige herrschen, weil Jesus erklärt seinen Jüngern und sagt, ihr sollt nicht so herrschen und denken, wie die Könige herrschen über diese Welt, sondern der Höchste sei euer Diener. So Adam wurde zum Diener gemacht. Er war gebraucht. Diese Erde brauchte ihn als Bindeglied. Sie brauchte die Liebe Gottes. Er war der Einzige, der sie aus der Quelle Gott holen sollte und der Welt weitergeben. Und im ganzen Kreislauf würde sie wieder das Ergebnis zu ihm zurückkehren und er würde es wieder zu Gott geben, sodass sich dann der Kreislauf schließt. Der Zweck der Schöpfung des Menschen ist Dienst, weil alles, was Gott geschaffen hat, ist da, um zu dienen. Und jetzt beendet Gott die Schöpfung am siebten Tag. Die Bibel sagt im Kapitel 2, So Gott setzt seiner Schöpfung einen Stempel auf. Und das ist der siebte Tag. Er gibt ihm einen Siegel. Er unterschreibt, wer es gemacht hat. Das ist das Siegel, was wir finden auf jedem Produkt. Dort steht drauf, von wo es kommt, wer es gemacht hat. Und Gott setzt dieses Siegel seiner Schöpfung an, indem er einen ganzen Tag dafür schafft, der beweisen soll, dass alles, was er gemacht hat, perfekt ist. Im Bericht finden wir immer wieder, wie Gott sagt, er sah, dass es gut war. So, der siebte Tag ist das Siegel Gottes, dass er alles richtig geschaffen hat. Und der siebte Tag hat dadurch eine besondere Bedeutung bekommen in der Schöpfung. Er ist von der Schöpfung nicht trennbar. Die Sieben-Tage-Woche hat sich noch nie verändert. Man hat zwar versucht, auch kalenderweise, aber Tag 1 und Tag 7 sind immer noch derselbe. Und sie sind nicht verwechselbar. Deshalb gibt es, ist diese Woche, die wir jede Woche erleben, dieser siebte Tag, den wir jede Woche erleben, ist ein Beweis, dass es nicht durch Zufall entstanden ist, sondern alles den Stempel der Schöpfung trägt, des Schöpfers trägt. So, schauen wir uns ein bisschen dieses Element Sabbat an. Der siebte Tag ist der Sabbat. Auch wenn wir später ihn nicht finden würden in den Zehn Geboten, so könnten wir seine Existenz und seine Funktion nicht leugnen. Es ist nämlich, dieser Tag hat eine Bedeutung und er ist natürlich auch ein Tag mit 24 Stunden. Was bedeutet dieser Tag? Dieser Tag sagt ganz deutlich, Gott ist Schöpfer. Er hat alles geschaffen in diesem Zeitraum dieser sechs Tage und hat den siebten Tag als Siegel draufgelegt. Dieser Tag sagt aber auch, weil er bezieht sich auf den Menschen. Und wir finden, dass Christus, der ja der Schöpfer ist und sagt, er ist auch der Herr des Sabbats, sagt er, Sabbat wurde für den Menschen gemacht. Das heißt, die Tiere da draußen wissen nicht, wann Sabbat ist, weil sie haben ja keine Wochenaufteilung. Nur der Mensch hat das. Nur er weiß, was ist und nicht ist. Deshalb ist der Sabbat gemacht worden für den Menschen, dass der Mensch erkennt, wer er ist. Er ist sozusagen der Tag der Selbsterkenntnis. Zu wissen, ich bin ein Geschöpf. Und automatisch, da dieses Jahr der erste Tag war, den Adam und Eva erlebten, als ganzen Tag, bezeichnet er das Verhältnis, das zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf ist. Nämlich ein Abhängigkeitsverhältnis. Und Abhängigkeitsverhältnis bedeutet Anbetung. Der Geist des Menschen ist abhängig von Gott. Das ist die Bedeutung des Sabbats. Das heißt, wie viele Sekunden oder Augenblicke des Lebens des Menschen ist er von Gott abhängig? Alle. Vom Moment der Schöpfung ist der Mensch abhängig von seinem Schöpfer. Sabbat ist das Element oder beschreibt die Beziehung, die nicht nur an einem Tag da ist, sondern an jedem Tag, zu jedem Augenblick des Lebens da ist. Jetzt hat Gott, damit das ein Bewusstsein wird, es als Erinnerungszeichen an einem Tag in der Woche getan. Ja, während er als Schöpfer auch am Sabbat, am siebten Tag, seine Schöpfung erhalten muss, hat er aber geruht am siebten Tag von der Schöpfertätigkeit. Wir Menschen haben auch eine Tätigkeit, die sich auf zwei Bereiche beruht. Bei Gott ist es Schöpfung und Erhaltung. Und bei uns ist es so ähnlich. Es ist Sammerarbeit, wenn wir das beziehen auf den Fall des Manners, dass man sechs Tage Manna sammelte und am siebten nicht sammelte, weil das Manna hielt sich vom sechsten auf den siebten Tag. So gab Gott diesen siebten Tag als eine Pause von der Sammelarbeit. Aber er sollte beweisen, dass man alle sieben Tage, für jeden Tag, für 24 Stunden, für die Erhaltung des Lebens von Gott abhängig ist. So, der Sabbat macht uns, dass wir von den Sammeltätigkeiten aufhören, damit wir uns erinnern, dass wir alle Tage der Woche zu 100 Prozent, um zu existieren und zu funktionieren, von ihm abhängig sind. Das hat er auch mit dem Manna so gemacht. Er hat das Manna gegeben vom Himmel, um den Menschen zu beweisen, dass sie nicht vom Brot alleine leben. Das heißt, er benutzt ein physisches Element, um etwas Geistiges darzustellen. So macht er uns, dass wir aufhören von der täglichen Sammelarbeit, damit wir wissen, an dem Tag, wo wir aufhören von der Sammelarbeit, dass wir alle Tage dieser Woche abhängig sind, komplett für die Erhaltung unseres Lebens von ihm. So wir ruhen von den Werken des Sammels am siebenten Tag, aber wir ruhen nicht von der Abhängigkeit zu Gott und von den Werken des Erhaltens, des Befreien und des Heilens, welches nie aufgehört werden kann. Und der Sabbat ist ein Beweis, dass wir nichts für uns selbst tun, sondern alles, was wir tun, im Auftrag Gottes tun. Nun hat Gott diesen Tag gesetzt in die Schöpfung, den kann niemand entfernen daraus. Aber was man machen kann, ist, und das ist eine große und zeigt, dass der Böse Erfolg gehabt hatte, er hat nämlich den Sabbathaltern perfekt, er hat sie perfekt verführt, indem, dass er die Bedeutung des Sabbats ihnen verfinstert hat. So die Verfechter des Sabbats, und ich halte auch den Sabbat, sind dazu gekommen, dass sie nur noch auf den Tag ihre Aufmerksamkeit legen. Sie sagen, das ist der Tag der Anbetung und wenn es um diesen Tag geht, dann geht es um Anbetung. Sie haben nichts verstanden. Sie können den Tag halten, genau nach Vorschrift, so wie die Juden, und vielleicht noch sich ein paar Gesetze mehr dazu tun, und sie werden dennoch verloren gehen. Weil der Tag kann niemanden retten. Der Tag ist nur ein Bild. Jetzt hat Satan es geschafft, dass er durch die Unkenntnis des Gesetzes und die Unkenntnis der Natur des Menschen den Menschen dahin bringt, dass er das Zeichen der Anbetung zur Anbetung macht. Dass er das Zeichen zur Anbetung macht. Damit wird das Götzendienst und ist den Menschen nicht bewusst. Die anderen hat er verführt, dass sie sagen, der Sabbat ist nicht mehr gültig. Aber das, was Gott geschaffen hat, bleibt immer gültig. Man kann das nicht ändern. Ja, sie verlagen es auf einen anderen Tag der Woche. Jeder darf machen, wie er will. Gott hat ihm diese Freiheit gegeben. Aber das bedeutet nicht, dass er richtig ist. Es gibt also zwei Dinge, die wir sicherlich zu Herzen nehmen müssen aus diesem ersten Schöpfungsbericht, aus den ersten Zeilen der Heiligen Schrift. Sie sind entscheidend für alles Weitere. Fehlen wir hier, macht alles Weitere keinen Sinn. Der Sabbat ist alles, was wir im Leben tun. Weil alles, was wir im Leben tun, kommt aus der Abhängigkeit von Gott. Deshalb hat diese Krise bewiesen in den letzten zwei Jahren, dass wir als Sabbathalter nichts verstanden haben vom Sabbat. Nämlich, wir haben nicht verstanden, dass, wenn wir lieblos sind, es genauso ein Sabbat brechen ist oder ein Beweis, dass wir nicht an Gott angedockt sind, wie wenn wir einen anderen Tag feiern würden. Die Krise beweist, dass wer nicht liebt, wer diskriminiert, wer einen Unterschied macht, weil ein Mensch etwas trägt oder nicht trägt, eine Spitze hat oder keine Spitze, einen Test oder keinen Test, wer diesen Unterschied macht, der übertritt den Sabbat. weil er lebt nicht aus der Liebe Gottes, wo Gott keine Person ansieht. Alles, was wir tun, kommt aus der Anbetung, entweder aus Gott oder aus dem Bösen. Und die Krise soll ja nur beweisen, wen wir anbeten. Und sie hat bewiesen, dass die in Anführungsstrichen Gläubigen, so wie sie Jesus nannte zu seiner Zeit und er zitierte den Propheten Jesaja und sagte, dieses Volk naht sich zu mir mit seinen Lippen, aber in ihm Herzen sind sie ferne von mir. Die Lieblosigkeit beweist, dass man ferne von Gott ist. Die Angst vor einem krankmachenden Agens beweist, dass man ferne ist von der Liebe Gottes. Dass wir auf einen Tag so einen Wert legen, ohne dass wir seine Bedeutung leben, ist ein Betrug. Deshalb, wenn wir die Bedeutung des Sabbats nicht kennen, welcher ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes, nämlich der ganzen Abhängigkeit von Gott, dann fällt auch das Symbol weg oder das Zeichen weg. Das Tragen eines Zeichens wird uns nicht erlösen. Deshalb ist die Auseinandersetzung auch nicht um um des Zeichens will, sondern um der Anbetung will. Das Zeichen beweist nur etwas. Aber man könnte ein Zeichen auch haben, ohne dass man im Herzen die Bedeutung versteht. Deshalb muss Gott prüfen. und er hat uns in diesen zwei Jahren geprüft und ich sage jetzt besonders von meiner Gemeinde, die ja so auf den Sabbat ihren Wert legt, dass wir den Sabbat nicht kennen, auch den Herrn des Sabbats nicht. Wir halten an einer äußeren Form fest, wie die Juden zur Zeit Jesu, während wir den Herrn des Sabbats kreuzigen. durch das, was wir Tag für Tag, aber besonders am Sabbat im Gottesdienst tun. Das ist eine Katastrophe. Möge Gott uns helfen. Noch ist Zeit der Umkehr. Zu verstehen, dass wir insgesamt zu jedem Zeitpunkt abhängig sind von Gott. Und nur das ist halten des Sabbats. Dann ist der siebte Tag tatsächlich ein Beweis, dass ich Sabbat halte. Aber wir werden geprüft werden. Nicht nur, ob wir den siebten Tag feiern, sondern wir werden geprüft werden an jedem Tag der Woche, ob die Liebe Gottes das ist, was aus uns herauskommt und kommt etwas anders heraus. Dann feiern wir nicht Sabbat. Dann halten wir nicht Sabbat. Dann sind wir Sabbat Brecher, weil wir beten Gott damit nicht an. Oder wir beweisen, dass wir Gott damit nicht anbeten. Deshalb, was möchtest du sein? Ich möchte in meinem Herzen von Gott alleine abhängig sein. Und wenn ich in Gott allein abhängig bin, dann ist der Sabbat ein Beweis dafür. Ich werde nicht auf den Tag an sich den Schwerpunkt legen, sondern auf die Abhängigkeit von Gott, die an jedem Tag notwendig ist. Amen.